Tödlicher Verkehrsunfall in Oberzent-Berfelden-Aerlenbach Am Sonntag 2.10.2022 gegen 5 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Gras-Ellenbach die Landesstraße 3120 von Berfelden kommend in Fahrtrichtung Aerlenbach. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam der blaue Citroën nach links von der Fahrbahn ab, wurde von der Schutzplanke abgewiesen, kam nach rechts in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrzeugführer erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die mehrstündige Dauer der Unfallaufnahme war neben Polizei auch